So Freunde, ich erzähle euch jetzt mein Geheimnis. Viele von euch wissen es noch gar nicht, dass ich sehr, sehr gut zeichnen kann. Heute zeichnen wir Canelo, Alter. Und ich freue mich, es euch zu zeigen, wie geil ich ihn gezeichnet habe. Ich saß an diesem Projekt mindestens zwei Monate. Und jetzt ist das Endergebnis. Jetzt zeige ich es euch. So Freunde, hier habe ich schon mal die Nase gezeichnet. Schaut mal, wie realistisch das aussieht. Da habe ich so Acrylfarben hergenommen. Da habe ich mir richtig viel mir gegeben. Schaut krass aus, oder? Das ist die Schnauze, die ich bereits schon gezeichnet habe. Schaut mal, wie realistisch das aussieht. Alter, ich kann so gut zeichnen. Wahnsinn. Und jetzt bin ich fertig. Es ist ein 3D-Porträt geworden, der sich ein bisschen bewegt. Aber seid mal ganz ehrlich, Freunde. Wie findet ihr meine Zeichnung? Also ich bin mega stolz drauf. Die Zeichnung werde ich jetzt verlosen in meiner Story. Also checkt es ab. Und jetzt Löschen muss ich aufbauen. Vielen Dank.